ARD Text im Auftrag von Funk Wir sind hier in der Stadt und machen Realitätscheck, wie es so steht um Selbstvertrauen von jungen Frauen. Let's go! Wieso seid ihr so selbstbewusst? Ich bin gar nicht so selbstbewusst. Wir machen diese Spots, um das Selbstvertrauen von Frauen zu stärken, weil viele Frauen immer noch zu wenig Selbstvertrauen haben und ihre Träume zu wenig verwirklichen oder ihre Ansprüche zurücknehmen. You're attacking like a lion with a grip in the eye. You dance like a leopard with your head up high. «Because I am a Girl» ist eine internationale Kampagne vom Kinderhilfswerk Plan International. Wir haben in der Schweiz einen starken Fokus auf die Förderung der Gleichstellung, auf Sensibilisierungsarbeit. Dass man eigentlich sieht, auch in der Schweiz haben wir noch nicht alles erreicht, was wir in Bezug auf die Gleichstellung erreichen möchten. Was ist jetzt gerade Training? Ja, jetzt angreie, ja. Das ist ja echt, oder? Nein. Dieses Videospot hat wirklich für mich das Ziel, den Menschen zu ermutigen, nach ihren Vorstellungen ihr Leben führen zu können. Ich habe genug Abstand, das ist kein Problem. Ja, oder? Ja, ich habe genug Abstand, das ist kein Problem. Ja, oder? Ja, oder? Wir machen die Spots, weil wir das Selbstvertrauen von jungen Frauen in der Schweiz fördern wollen. Wir wollen jungen Frauen inspirierende Vorbilder zeigen und sagen, hey, zieht durch, was sie im Leben wollen. Seid so, wie ihr seid, denn das ist gut so und seid stolz auf das, was ihr erreicht habt und auf das, was ihr machen wollt. Ja! Wir Frauen müssen so stolz, wie wir sie sind. Ey, die hat echt mal die Hasenagel. Wir haben eine Töne, nicht besser. Eine Frau sollte einfach eine Frau sein und sie sind perfekt, so wie sie sind. Frauen, so bleiben wie sie sind. So, oder? Und sie sind weiterhin klar. Die Frauen werden viel zu fest bevorteilt. Wir Männer stehen jetzt im Hintergrund, langsam. Nein, das ist nur Spass. Langsam haben wir jetzt wirklich nichts mehr zu sagen.